So, mal schauen, ich wollte gerade eben irgendwie wieder wohl in eine andere Lobby reingeschmissen oder was auch immer, weil wir waren gerade eben nur noch zwei Leute und ja, kann wohl sein, dass wir das, was wir gerade in der letzten Folge gemacht haben, nochmal machen müssen, ansonsten schneide ich es halt noch mit an, das war ein anderes Video dahinter. Mal sehen. Das lädt ja wieder schön. Wir hätten natürlich auch probieren können, die, äh, die Kampagne, oder überhaupt, probieren, die Kampagne ohne einen Kill durchzumachen. Hat ja einer mal geschafft. Vielleicht noch mehrere, aber, ja, den einen habe ich halt gesehen. Ja, wir wollen hier einfach reingeschmissen. Na gut, dann schneide ich das mal mit hier in das Video. Ach, das möchte ich jetzt mal sehen. Ja, da habe ich nicht gesehen. Ey, wann kommen wir hier? Ich will hier eine Panzer fangen. Das wird uns mal nicht so oft hier hacken. Wir haben Alpha verloren. Ich habe nichts. Du Alpha vorrückst. Wir verlieren Bravo. Wir haben Bravo verloren. Vorrückst, schalten Sie sich auf ihn drauf. Und rein zu, ja. Jetzt ist hier so ein komisches Soundfuck. So, ist wieder alles da. Ach, der ist an uns. Mein Gott, der ist da. Was halten die denn aus? Oh, mein Gott, ich kann das wieder mal nicht so fixen. Das ist doch Dreck. Ja, da sieht man auch mal, warum wir alles. Wir verlieren Bravo. Oh, ich kann mir hier mit den Dinger noch nicht springen. Der Feind hält sämtliche Hartfreund. Schalten Sie mich sofort auf ein... Ich muss dich ja nur mal kurz drüber hören. Ja, übrigens. Warum ist dieser hässliche Sound einfach weg? Ach, komm, lass mich doch auf. Sie sollten aus... Entschuldigung. Was ist denn mit dem Sound hier wieder los? Er ist ja hart am Spacken. Oh, ist er da, aber ist er nicht da. Geil. Oh. Naja, nicht so in meine Richtung. Ja, hier will ich eher hin. Oh, der Saut jetzt hier gar nicht. Hört euch die Scheiße mal an. So, hier. Wo ist der verdammte Sound hier? Oh, jetzt ist noch ja ein bisschen da. Das würde ich ja in der Audis sehen. Das würde ich ja in der Audis sehen. Ha, auf den Gegner. Die Milizkontrollieren alle. Das ist verdammt ein Sound-Bugs. Können wir zuh panelen. Ich rufe das. Ich rufe das. Ich rufe das. Ich rufe das. Ah, das haben wir mal wieder da. Das ist aber kurz da. Kann ich mich ja töten? Ich kann dann töten. Geil. Hab ich jetzt gar nicht so gelöst. Oh, wo ist denn der verdammte Sound hin? Das ist doch kein Leichtiger. Nee. So macht das ganze Spielen keinen Spaß. Oh, das ist ein Ding. Ja, das war ein bisschen zu weit weg. Er hat's mir gesagt. Bei den Simulationen vor 15 Jahren, die wir aufbauen, und was jetzt? Alle Pläne enden am selben Ort. Nehmen Sie Kurs auf das Dimeter-System. So. Ja, dann war das jetzt auch mal wieder eine längere Folge. Ach man, wir haben gar nicht viele Punkte. Nicht mal tausend. Na, mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte wir haben. Also, Level 10 müsste er schon geschafft haben. So, noch 1500. Oh, das sieht ja gut aus. Da haben wir mal alles geschafft. Die gesamte Milizflotte ist an einem Sammelpunkt außerhalb der Ange- und um, aber im Moment außerhalb der Ange- Die Kursj cumplierbar. die dann in der Kursj-Kursj-Kursj-Kursj-Kursj-Kursj-Kursj-Kursj-Kursjahr.